So, willkommen zurück hier am Kanal von Cresigno. Ja, so schnell hört man sich schon wieder. Ihr seht's hier, ich bin hier im Playstation 4 Menü bei mir. So, da seht ihr, was ich hier alles da drauf hab. Battlefield 4 hab ich so gut wie nicht gezockt. Ist irgendwie nicht so, also 3 war schon nicht so leicht. Der Robert suchtet das ja ohne Ende. Der geht da ja auch ordentlich ab, aber meinst du das irgendwie nicht? Ja, hier Call of Duty Ghosts, Glückwunsch, Files. Ja, dass letztens mir hier Krieger meckert, Krieger nur am meckern, das Video über Twiles Fusion ein bisschen angehört. Ja, kann ich alles unterschreiben, ne? Sichere dir den Zug, hier unten schon, sichere dir den Zugang auf stetig wachsende Welt. Bla und blub. Was soll das? 35.000 Daumen nach oben, ja. Glückwunsch. Ne, FIFA natürlich, Diablo, wie gesagt, bin ich am zocken, aber Plants vs. Zombie Garden Warfare. Ja, ich hab das damals, ähm, ja, auf der, ähm, auf dem PC, wo es ja dieses Tower Defense Spiel gehabt hat, was richtig geil gemacht war. Einfach aber, so und, äh, ja, ich hab's wie gesagt noch nicht gezockt hier. Oh, ist von EA, wird das supported, meine Güte. Und, äh, hab darauf gewartet, war ja erst nur für die, äh, alten Konsolen, ne, PS3, Xbox, und dann war, glaub ich, exklusiv nur die Xbox One. Aber jetzt auch für die PS4, und jetzt, äh, will ich doch mal gucken hier, ne, wie das denn so abgeht. Und, äh, starte jetzt als sozusagen kompletter... Noop. Wie auch immer man das sagen möchte. Äh, nein, nur auf Rang 1 starte ich. So, was haben wir denn? Willkommen bei Garden Warfare Multiplayer. Du fängst gerade an, schreib dich bei der Türmatten und, äh, Splitscreen gibt es auch, okay. Spielcharaktere, sieh dir deine Spielcharaktere, Fortschritte an. Okay. Aha, 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 also das gibt es, verdiene, äh, schießt ja, das gibt ja verschiedene Charaktere, oder verschiedene Klassen, wenn man so will, Ingenieur, Wissenschaftler. Allstar müsste ja Footballer sein, oder? Ah, oh ja, wieder mit der, äh, meine Güte. So, bei den Pflanzen, was haben wir hier? Kaktee, Sonnenblume, Schnapper. Oh ja. Oder die Erbsenkanone. So, was haben wir hier? Den Stickerladen. Ich hab, ja, hier, Debbie, Debbie. Äh, äh, ich krieg hier, oh geil, ich krieg hier, was soll man denn hier? Spielcharakter, sammle alle Filme, um neue Charaktere freizuschalten. Meine Güte, so viele, hab ich? Achso, ah, okay, und die kann man dann auch erst alle mit, äh, Münzen freischalten, okay. Aha, 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 aha. Ja, machen wir halt einfach hier erst mal auf, ne? Ah, aha, okay. Fünf Teile muss man also sammeln. Super Prägemaket. Ich glaub, das ist auch, diese ganzen, wenn man so will, Sammelsachen, ne? Das hat ja früher schon angefangen mit den ganzen, äh, ja, Trophäen, wenn man so will. Und, äh, geht das ja inzwischen, geht das ja über zig Sachen, geht das ja so weiter hier. Aber ja, Spielbärenwerfer. Ist wahrscheinlich kaum ein Unterschied, oder? Citrus-Kaktel. Na toll, die sehen halt nur anders aus, ne? Aber als die normale Kakteel. Okay. So, und die hier kann man dann alle erst, ähm, spektakuläre Zombos-Daumenpaket. So, ah, guck mal, das dicker Heft haben wir auch. Aha. Also man kann hier, ist ein bisschen wie bei Panini sammeln, oder? Verbesserungen kann man also auch freischalten. Coole Statistiken, okay. Äh, was haben wir hier noch? Mehr, ändere die Spieloption. Was haben wir denn? Die Blickempfindlichkeit, Controller-Vervoration, äh, Tastenbelegung, Zielhilfe. Äh, brauche ich doch nicht, oder? Audio, Musik-Lautstärke, Surround-Sound, äh, Spielanleitung. Ach komm, brauchen wir doch nicht, ne? Wir sind auch so stark im Ganz, so alleine oder mit anderen. Verteidige deinen, hm, was machen wir denn? Ja komm, wir sind, äh, wir erstellen mal eine, eine Spielsitzung, ja? Äh, zufällige Karte, normal, Berechtigung, ja, äh, passt doch alles. Kann ich jetzt hier starten, irgendwo? Oder kann ich das nur mit Freunden machen? Okay, ich glaub, das kann ich nur... Aber da steht noch, kannst du alleine oder mit anderen? Ah, ich will alleine, ne, ich will das Spiel erstellen. Schnapper Stadt, Gartencenter, Schwierigkeit, schwer, verrückt, einfach, normal, Berechtigung. Ah, na, ach so, ich muss einfach nur auf bereit klicken. So, ab geht's im Gartencenter, ja? Damit wir mal in das Spiel hier reinkommen. Okay, da kommt auch einer rein. Verdammt. Ich wollte das Ganze doch alleine hier rippen. Bepflanze einen Garten und schütze ihn, wie es der V-Devi, du... Äh, 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 äh... Wie gesagt, da hab ich natürlich jetzt noch gar keine Ahnung, was ich hier machen muss. Der Kollege, der da reingekommen ist, denkt sich wahrscheinlich, was ist das denn für einer? Oh, äh, 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 äh... Ist bestimmt sowas ein bisschen wie... Kennt ihr das noch bei COD? Wo war das? Bei MW3 oder was? Wo kommt man ja auch so diese Wellen... Äh... Weiß gerade gar nicht. Was spiel ich denn? Äh, ich spiel hier die Erbsenkanone. Super, so mach ich das. Äh, auf L1 ist also die Erbsenkanone. So, was muss ich jetzt machen? Oh, ich hab hier vier Leute direkt drin. Brauche ich eine scharfe Soße. Aha, hier kann ich hüpfen. Ah, auf R2 schieße ich. Das muss ich verteidigen. Sehr gut. Nächste Welle kommt in... 25 Sekunden. Hallo, Kollege. Das kann ich noch nicht. R1 ist auch noch zu. Was mach ich auf L2? Auf L2... So ein bisschen. Okay, auf... Auf R2 schieße ich. Was mach ich sonst noch? Aha, die mach ich nachladen. Springen. Und von wo? Welle 1. Von wo kommen sie denn? Ah, hier unten, oder? Oh. Oh, der hört hier schon das Maschinengewehr an, oder wat? Nehme ja viele sind übrig. Komm, der ist noch mal einer hier, oder? Komm schon. Ja, Sigi. Headshot. Eine perfekte Welle. Dat is die perfekte... Na ja, äh... Und ich hab noch volle Lebensenergie. Keine Ahnung, ob dat gut ist. So, da unten gammeln die alle rum. Aber der hat auch diesen komischen Bonuscode da, glaube ich, eingegeben. Von Ratchet und Clank, oder... Ne, Sly Cooper ist das ja. Den gibt's irgendwie... ...wenn wir dabei. Von wo kommen sie jetzt? Hinter mir? Ah jo. Ah, ich müsste mal nach... Ich müsste mal nachladen, ne? Oh, da war schon einer. Äh, ich bin noch leicht desorientiert. Aua. Ich wurde getroffen. Ah, ich wurde getroffen. Was ist das denn hier? Kann ich mich hier heilen? Ach, guck mal, hier kann ich auch was... Äh, oh cool, der kann mich heilen. Das ist natürlich geil. Ist er jetzt verbunden hier, oder wat? Ist auch irgendwas, als wäre ich jetzt ein Sklave, ne? Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ah, nee. Bonus-Zier abgeschlossen. Fantastisch. Ist durchaus nicht so leicht, gerade hier so durchzublicken. Also ist jetzt nicht so einfach stumpfsinniges Geballer. Das hat schon was mit Team-Play zu tun. Was kann ich denn jetzt hier machen? Achso, der hat schon was hingesetzt. Könnte ich doch auch machen, oder? Weil ich irgendwo solche Töpfe habe. Boom. Und wo kommen die nix hin? Da unten ist irgend so ein lila... Was hat der Spawnpunkt von denen? Welche hübschen? Welche Hübschen? Was ist das? Was ist das? Ab nächstem Spawn habe ich eine neue Fertigkeit. Gefällt mir. Lande 15 Treffer mit der Primärwache. Eine Pflanze ziehen. Ja, Sigi. Mach ich doch glatt hier. Samus aktiviert. Er wird deinen Untergang wählen. Muss ich jetzt was machen? Ich hab doch keine Ahnung. Jawohl. Kohle. Kohle ist immer gut. Kohle ist immer gut. Komm, gib nochmal Kohle. Ja, Sigi. Jackpot. Was haben wir jetzt? Ein Yeti und... Oh, eine Bosswelle. Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Von da hinten kommt irgendwas. Oh, da tatsächlich... Aaaaaaah! Oh Gott. Du dich mit drin? Was ist ein du dich hing glühen? Oh ich bin jetzt richtig aus. Von wo wir Fettigern sind. Hey, die gehen da, hier, äh, unser, unser, hier. In unserem Garten gehen die ran. What? Was ist der denn? Oh, einer wird abgeschossen. Das ist nicht gut. Von wo? Ich sehe nicht. Ah, da. Da oben gibt's hells. Komm, Kollege, hier. So, okay, nächste Welle, nächste Welle. Next Wave is on, würde ich sagen. Wie sieht's hier aus? Müssen wir hier noch? Ja, müssen wir noch. Gucken wir mal. Mein Gott, ist das... Ich wollte eigentlich nur mal kurz rein daddeln, hier, nicht gleich, äh, hier. Aua, aua. Oh, komm mal, da ist dieser verrückte Professor, ey. Selbst wieder Bewegung übrig. Kann ich denn während des ganzen Spiels? Okay, ich dachte ich schon. Also, ich hab 22 getötet, das ist jetzt nicht das Schlechteste. Oh, nachladen. Wie auch immer herkommen auf einmal. Ja, heil mich, heil mich, finde ich geil. Also, äh, ist zwar im Moment noch ein wenig verwirrend, ja, aber, ich, äh, finde, das, äh, macht Spaß, ja. Okay, was haben wir hier noch? Können wir denn nochmal hier eine Sonnenblume? Nee, das macht keinen Sinn. Die Gartengesundheit ist noch, naja, schon ein wenig. Und wo kommen sie, die verfluchten Maden? Jetzt geht er, Feuerwerk. Boom! Oh. Äh, hinten. Oh, nur noch Treffen, ne? Das wäre mal eine schöne Alternative. Das wäre hier Doktor Asse nicht gesehen. Und das heilt dann wahrscheinlich diese Zombies, oder? Wenn er... Irgendwo ist doch noch... Ist doch noch. Oder? Ah ja, hier oben. Hey, hier, hier, hier. Ja. Ah, die Gartengesundheit natürlich ordentlich gelitten. Äh... Ich verbrate hier meine letzten, äh... Meine letzten Dinger. Ja, das ist ein super Tipp. Da ist aufpassen, dass sie mich nicht treffen. Geil, wäre ich nicht drauf gekommen. Bleibe unverletzt. Ist das jetzt eine Herausforderung, oder... Aber die schaffe ich bestimmt nicht. Oh, die sind auf der anderen Seite. Erstmal hier schön da. Ach, Fegeflaggen. Hätte er es gedacht. Nachladen. Leute, wo ist die Munition? Äh, und apropos, wo... Wo sind die Zombies? Da sind die Zombies. Oh. Ihr kommt nicht vorbei! Ja, das ist doch ganz okay. Das ist doch ganz okay fürs erste Mal, ne? Nix. Wie viele Wellen haben wir denn bisher schon gehabt? Ich hab keine Ahnung. Das ist doch alles so verwirrend. Oh, aber wir müssen nochmal hier ein bisschen, äh... ...wat ansetzen, ne? Von dahin kommen sie. Gehen wir hier drüben dem Kollegen helfen. Ja, schnuppert. 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 Oh, von wo geht's weiter? Toilettenhäuschen, oder was? Also, den ist auch nix heilig, den Zombies hier, ey. Oh, von da kommt... Oh, da kommt der Allstar. Der will mir ordentlich auf die Frisse geben. Ah, der geht mir ordentlich auf die Frisse. Ich fahr jetzt mal nach. Die sind hier, ähm... Nein, nicht unser schöner Garten. Tja, was ist eine lustige Sache hier, muss man mal ganz klar sagen. Ah ja, aber komm, hier, gib doch wieder Jackpot. Ich will Kohle sehen. Nee, ist schlecht. Ja, ganz schlecht. Willst du mich verarschen, oder was? Drei Yetis? Ja, ist klar, wieder Nunu am Start, oder was? Finde ich schon lustig gemacht. Eine super Yeti, Wille, besten Dank. Oh Gott. Diese Yetis waren mir eben schon unsympathisch. Alle Reine sind hier die normalen Zombies am... Und dann haben wir noch zu sehen. Wie ist das? Oh, hier. Ich bin so schnell. Hier, ist es. Und dann ist das. Ich bin frei, ich bin frei Ich bin ein Ulti Wo ist der Spassi? Sehr gut, Kollege, du bist mein Lebensretter her Wo ist er? Hier kommt er Jetzt kommen die hier schon mit Zombie-Head Super-Bosswelle abgeschlossen Und äh Gar nicht mal so äh Schwierig gewesen, ja Du holst mich ab, wohin denn? Los zur Landezone Äh, wo ist die Landezone? Kollegen, ich weiß das nicht Geht ihr mal vor Hä? Ach, da hinten Ich kann nicht schneller Wartet auf mich Ich kann nicht Ach so, das ist jetzt äh Von wo kommen Das ist doch unfair Ich schieße hier mit äh Platzpatronen gegen hier äh Gegen 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 Weiß ich nicht, was das hier ist So, äh Alles im grünen Bereich, oder? Hey Dave, mach mal ein bisschen schneller hier äh Äh, alte Schabaracke Ein Grafstein ist auch du Was? Nee, Beerdigungen brauchen wir eigentlich noch nicht Was ist denn jetzt? Äh, nee Geht gerade gar nicht Hier, äh, Telefon, Telefon aus Hier, geht gar nicht gut Das ist Aufnahme Was soll das? Ich bin hier, ich hab wohl Sehr gut So, 10 von 10 Wellen besiegt Was haben wir verdient? Ordentlich Kohle Äh, 52 Abschlüsse haben wir gehabt Äh, muss ich mal sagen, äh Ich, äh, verlasse die Lobby, ja War, äh, war, äh, wirklich cool Hier so eine Runde Garten, äh, Kommando Und, äh, ja, das war's mal für Die erste Runde von Plant vs. Zombies Garden Warfare Ähm Ich hoffe, äh, ihr habt da Ein bisschen Spaß dran gehabt, also ich hatte den Auf alle Fälle, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich glaube der Krieger Hat das ja auch, da könnte man mal schön so eine Runde Bashen Hoffentlich gibt's da vielleicht auch längere Spieler Äh, längere Spieler, ja, längere Spiele, also mehr Wellen Ich bin auch hier aufgestiegen, schon, äh, Stufe 2 Und, äh, im Stickerladen Kann man jetzt hier schon gleich Äh Was kann man denn hier sich schon so tolles holen Noch nicht so Äh, 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 äh Keine Ahnung, was man hier so alles Noch so machen kann, ne? Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt's mir mal unten in die Kommentare Und, ähm, ja Dann würde ich sagen, fahren wir uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin, tschüss! 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 Tschüss!